Ich grüße euch zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von Fire Emblem Warriors. So, Kapitel 19. Wir haben es nicht übers Herz gemacht, unseren Kumpel Garius zu töten. Deswegen ist jetzt wohl anscheinend der Chaos-Drache richtig sauer. So, wir haben uns schon soweit vorbereitet. Ich würde sagen, wir legen einfach wieder los. Diesen Kapitel beginnen? Ja, klar. So, okay. Was ist jetzt los? Ist vielleicht echt schon der finale Boss? Mal gucken, es sieht nicht so aus wegen der Karte. Aber erstmal zurück in der Heimat. Alter! DERIUS! DERIUS! Wir müssen jetzt retreat! Die Outrealm fienden sind schwarzen. Lucina, ist etwas falsch? Was ein Schmerz. Wie oft muss ich das sehen? Das ist nicht das Zukunft, Lucina. Schau mal alle Freunde, du hast mit dir. Nichtsdestotrotz, wir können es überraschieren, wenn wir zusammenarbeiten können. Vater. Das ist nicht wie früher, als wir mussten fliehen. Wir können sie jetzt weitergehen. Ah, da bist du. Sina! Wie war's Mutter? Sie ist wunderschön, jetzt. Sie scheint zu sein. Ich kann sie hier mit dir bringen. Ja, warte. Eigentlich, kannst du sie warten, wo sie jetzt ist? Du willst nicht mit ihr nachher gehen? Wir wollen, natürlich. Aber mit allen die Schmerzen bereit zu attackieren. Das ist richtig. Die Schmerzen werden nicht warten. Die Schmerzen bereit zu attackieren. Wir werden sie sich umschauen und sicher, dass alle sicher sind. Dann gehen wir zur Mutter. Ich bin sicher, dass sie das verstehen wird. Die Schmerzen bereit zu attackieren. Du hast deinem König vor allem. Du bist bereits herrschländige Räume. Wir sind Räume auch. Wir sollten ihnen ein guter Beispiel folgen. Wahrscheinlich, alle mit ihnen! Ja, aber irgendwie... Ach, hier sind halt alle nicht so... Hier sind halt alle so ein bisschen schwach und deswegen denke ich mal, äh... Dass... Äh, oder was heißt denn jetzt hier Schutz? Bleibt jetzt hier in dem Feld, oder wie? Ich glaube ja, ne? So, und du sollst auch mal hierbleiben. An sich ist das nämlich gar nicht so toll, wenn du hier... Äh, halt mal. So, Schutz. Okay, achso, ja, doch, okay, die machen den... Okay, die schützen jetzt die Charaktere, okay, gut. Aber ich weiß nicht, ob die jetzt miteinander kombiniert sind, ne? Den will ich jetzt nicht. So, Marth hat hier wieder Vorteiling über Drachen. Aber, was ist denn hier los? Jetzt sind hier viele Leute. Höh! Hauptstraße. Hellebadia. Ei, ei, ei. Okay, da habe ich aber... Ja, okay, Xander. Vielleicht ist es jetzt mal Zeit, Xander auszutauschen gegen, ähm... Gegen sie. Denke ich mal, denn... Das sieht nämlich an sich so aus. So, ich habe genug Schwertkämpfer dabei und ich brauche aber unbedingt ihre Axt für viele, viele Leute. Man muss bloß aufpassen auf die Typen natürlich. Okay, dann wird sich auch noch ein bisschen trainiert, warum nicht, ne? Okay, so. Was mit Bowen? Wo ist denn Eier drin, ne? Vorhin so ein komischen dunklen Ding hier. Aber egal. So, ich würde sagen, wir können, ne? Jo, die hier beschützen sich alle gegenseitig. Hoffe ich. Hoffe ich. Okay, gut, na dann. Ähm, Schlacht beginnen, Leute. Schlacht beginnen. Ja, guck mal, ich werde mal wieder mit Kamila rum eiern. Dann wird die auch mal Level 30. Ist noch nicht das Schlechteste. Okay, auf jeden Fall haben wir unseren... Und den Flammenschild haben wir ja auch wieder. Und an sich... Okay, jetzt wollen wir einfach über unsere Mutter reden. Okay, ich dachte echt schon, jetzt kommt irgendwie das Finale. Aber nee, wir sind erstmal nochmal geflohen. Wir sind nochmal zurückgeflohen, um erstmal alle in Sicherheit zu bringen. Aber okay. So, warte mal. So, warte mal. So, warte mal. Wie ist denn der Instant Kill hier? Sag mal. Äh, jo. Einer voll, da ihr geschlitzt hier. Boah. Und er ist bei 1140. So, okay. Okay, das ist echt übel. Was bist du jetzt hier für einer? Okay. Hm, Dimensions-Tor. Besiegt. Okay, äh, okay, das ist ein ganz normaler Typ, aber... Er hat komischerweise viel aus. Er hat ja so viel aus. So. Und zack. Okay, neue Mission. Besege die Dimensionswächter. Ich muss bloß noch einen. Okay, äh, gibt es bloß noch zwei. Allein sind tot. So, so, so. Okay, äh, uh, wir sind jetzt wieder neu aufgetaucht. Haben alle gekillt. Boah. So. Alter, richtig geile Wölbe-Tacke hier. Okay, so. Ähm. Ähm, ähm, ähm. Camilla. Du, flieg doch mal bitte, bitte, bitte. Wer ist denn jetzt hier schon wieder hier? Wieso ist denn... Achso, die ist mit Xander hier. Okay, gut. Camilla, du kannst hier gar nicht hin. Du geh doch mal bitte da hin. Und, ähm, mach den Soldaten kalt. So. Ähm, Liana ist schon hier. Okay, das ist ganz gut. Dann würde ich sagen, ähm, ja. Zu Liana switchen. Die kann das ja auch so. Gut. So. Okay. Alter, richtig schon eh killt. So ist hier der Dimensionswächter hier. Wo ist denn da her? So. Oh, Dörflerin. Hat wo. Okay, irgendwo braucht eine Dörflerin. Hilfe, Leute. Hilfe irgendwo. So, 31. So, try this out. So, try this out. So, wo ist denn jetzt hier? Oh, Dörflerin. Guck mal, alle her. Oh, yeah. Wie die alle aussehen. Einfach nur alle so grau. Yeah. Okay, level up. Sehr gut. So. Okay. Wir besiegen die Monster und retten die Dörflerin. Okay, warte. Wir sind da gerade in der Nähe. Mars ist da gerade in der Nähe. Hm. Ähm, hm. Wie sieht sie denn aus? Okay, gut. Ist aber auch stark. Ach. Okay, warte mal. Rowan. Du musst doch mal schnell hinrennen. Du bist da besser für. So. Zur Dörflerin. Dann lass es mir. Dann lass es mir. Um sie zu schützen, natürlich. So, und hier sind jetzt ganz viele Leute drinne. Aber okay, äh. So. Ja, bin ja gerade hier dabei. Ich hoffe, das schafft der Rowan. Wie soll er erst mal da hinrennen? So, mach ich sie auch gleich da. So, so. Kommandant hier. Komm schon. Oh Gott. So. So. Bam. Oh Gott, halt wie viel aus. In Not. Ja, Rowan kommt doch schon. Okay, warte mal. Dann muss ich da manuell hinrennen. Ja, da ist in Not. So, wie schnell soll ich denn da hinkommen? Kann ich nicht dafür, wenn die so lange dauern. Moment. So. Bin da schon da. Dörflerin. Wie sie einfach stehen bleibt. Uh, voll. Ganz normal. Erst mal hochgehoben. Are you ready? Ready? Okay. So. Wer macht hier Stress mit der Dörflerin? So. Okay. Ne. Ne. So. Und zack. Ne, Missunahe. Ach, geschafft. Okay, das war's. Ja, tschüss. Ich muss wieder weiter. Tschüss. So, ich danke euch für den Hinten. Ja, danke, Mann. So, tschüss, Mann. Okay, wann haben Sie von Kommandanten? Erst mal kloppen. Erst mal richtig rennen, kloppen. So, ich muss mir ein bisschen weilen hier. So. Ha. Ha. Okay. So. Läuft. Du, 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 du. Hier war so ein dickes Vieh. Was sofort kill ist. So. 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 Alter, wie viel ihr daum geht? Oh! So. Den kann man dann auch noch gleich mitnehmen. fünf von der G-er sind schon besiegt. Okay, hab ich sogar eine, hab ich sogar eine Ding. says. Alter, oh Gott. So, es wird wieder aktivier. So, let's go. Wie will ich davon, Alter? So, man. Ach, mach's überhaupt. Level. Oh. Oh. Alter, die Level, die wir ja steigen. Jetzt ist schon Level 40. Mein Moment hat geblieben. Wir werden gestoppt. Stopp das! Wir sind gut zu gehen. Wir können da lang. Wir haben hier schon Leute drin. Lass uns die Drainingswaffe nutzen, um sie zu entfernen. Signature-Waffen können sie voll vergessen, ey. So, gleich kommt die ja... Anna kommt gleich. Das sieht mal wieder aus wie eine Mission, die man in einem Zug machen kann. Oder in einer Mission hier. So, okay. Schnell mal switchen. Weil hier ist Anna aufgetaucht. Hallo Anna, mal ganz schnell hier. So, okay. Oh, die ist aber echt sehr viel langsamer. Merke ich gerade so ein bisschen. Komm zurück! Okay, gut. Wie sieht's denn jetzt eigentlich aus? Ach, die Mission schaffen wir vielleicht in einem Part. Oder das sieht eigentlich alles sehr, sehr gut aus. Anscheinend habe ich auch schon einen Schlüssel. Habe ich auch schon, okay. Ähm. So, Liana, du kannst jetzt mal hier reingehen. So, und du, Chibi. Du kannst eigentlich... Eigentlich kannst jetzt mal hier in den Vorposten einnehmen, würde ich mal sagen. So. Lass es mir! Lass es mir zu mir! Die Mission ist erfolgreich. Alle Dimension sind erledigt. Oh nein, dein Turm ist eingestürzt. Scheiße! Oh Gott. Ah, auch so sind wir wieder verdrückt hier. Sorry. So, es wirkt aber an die Meinung, wir sind eine kleine Fillermission, ne? Ich meine, wollen wir mit Mutter reden? Ne, wir müssen erstmal die Boxster killen. Ey, die hatten dachten, ihre Mutter wäre tot. Warum, da will man erstmal nicht mit seiner Mutter reden? Natürlich nicht. So. So. Okay, Mann, ich... Ist mir scheiß egal, was die da labern. Interessiert sowieso nicht. Ähm. So, sie ist dabei. Sie ist... Ja, okay. Auch dabei. Und hier ist anscheinend so ein Tor-Typ. Okay, dann würde ich mal... Ihn halt auch hier hinschicken. So. Zur Mark-Gasse. Okay, ich schicke einfach mal zu Mark. Ich hoffe, dass ich hier ein bisschen was reißen kann. Neue Mission. Aktiviere die Drachenadern, um den Turm wieder aufzubauen. Alter. So. Okay. So, lass mal hier reingucken. Hallöchen. Okay. Und einfach Special rennenhauen. Alter, wie ein cool Mark aussieht. Richtig schicke, goldene Russi. Richtig nice. Gefällt mir sehr gut. Neidimensionen sind offen. Oh nein. Wieso denn gerade jetzt? Wieso? Wieso? Ich werde nichts verletzen. Schau! Sie sind viel stärker als die anderen. Oh, Hinoka hat mal wieder was zu sagen. Ist ja cool. Aber wenn wir sie nicht nicht verletzen, dann wird die Stadt überlaufen. Die Mission ist zu Beginn. Okay, oh Gott. Ja, er hat ja leider nicht so die Chance dagegen, ey. Verdammt. Ähm. Okay, ich muss mal wieder switchen. Ich freue mich erst mal zu einer Truhe. Hier ist irgendwo eine Truhe. Wo geht die denn? Das war die zweite Richtung erstmal. Ich merke schon. So, wo ist hier jetzt die Truhe? Okay. Äh, ich hab den Schüssel. Ich hab den Schüssel noch gar nicht. Okay. Äh. Wo sind die Drachen hier drinnen? Oh Gott. Na toll. Äh, kann Marv dann was machen? Ist ja Dimensionsflächter, ne? Ja, ich glaub ja. Oh Gott. Ähm, Marv, du müsstest echt mal mitkommen. Müsstest echt mal mitkommen, Marv. So, wo sind die Dimensionstore überall? Ist der Bus sind eh nicht hier oder was? Äh, ich glaub schon. So. Dimensionsflächter. Und was ist hier los? Oh Gott, hier ist auch so ein fetter... Ah, hier ist noch ein, so ein Ding. Okay, dann geh ich da mal mit Rowan hin. Ah, wer hat denn hier den Schlüssel? Hier hat irgendwie keiner einen Schlüssel. Und vor allem, ich brauch zwei Schlüssel. Weil hier noch so ne Tür ist. Okay, ich muss erstmal weg hier. Let's go. Let's go. Hier ist erstmal ein Torwächter. Was macht er hier? So. Oh. So. 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 Okay. Ich muss da oben hin. Alter, nicht da oben hin! Alter, nicht da oben hin! So. So. So fetter jetzt! Toll ey. Ich glaub, dann schaffen wir die Mission doch nicht in einem. Weil wenn ich jetzt noch nicht mal irgendwie Gegner hab, die einen Schlüssel droppen, dann keine Ahnung, wie ich da machen soll. Das heißt, er Level 41. Und wird doch immer schön stärker. So. So. Hier, den wir jetzt mal eine Kinnenschance. Ist mir egal. Machen wir einfach mal das hier. Er hat richtig schön reinballert, ob er meinen Nachteil hat. So. Okay, wow. Oh, richtig nice. So. Und, sag tschüss. Wir sind die Tür offen, sehr cool. Keine Abkürzung anscheinend. So, wo sind die jetzt hier alle? Hier ist noch der Drachenader. Oh, noch gar nicht aktiviert. Wir müssen dich all den Schluss haben. Ist doch immer so krass, ey. So. Okay, und Drachenader. Okay, gut zu gehen. So. Hier ist noch ein Vorposten. So, er ist mal besetzt. Wir müssen mich wieder beeilen, ey, Mann. Ich muss mich wieder beeilen. Ist du inzwischen immer so ein Ding? Ist echt noch so ein Ding? Okay, jetzt hier ist bei so einem Dimensionsrechter, alles klar. Oh, Gott. Und Ryoma ist auch dabei. Okay. Und. Hoffentlich klappt es. Okay, leider noch nicht richtig wirklich, aber okay. So, Level 35. Ja, 40 Stärke, okay. Ne. So. Ah, wunderbar. Der hat es zerrissen. Sehr schön. So. So. So, wieder ein Dimensionstor erledigt. Hier haben wir noch so ein bisschen Dicken. Der kann Oma abhauen. Gerade der Dieb rückt, gerade der Dieb rückt Richtung Truhe. Oh, hier ist ein Dieb. Na, warte mal. So. Ich muss den Dieb fangen. Eben? Wie kann er sich in einer Zeit so anbieten? Okay, Ball, wir müssen den Dieb fangen. Wir müssen den Midmer 1. So. Der den Schüttel. Den ersten Dicken, erfahre ich. Okay. Ne. Ne. Sie müssen den Dieb. Oh, gut zu gehen. So, ein Hab ich. Alles klar. So, es gab ein Key. Und so. So, das kann ich gleich mal da oben irgendwie nochmal hin. Das ist nämlich da die letzte Dimensionstor. Der Drachenerhand ist aktiviert. Der zerstörte Torum ist wieder hergestellt. Der Torum ist fixiert. Geil, Mann! Alles fixiert. So, schnell zur Truhe. Wir sind erfolgreich. Der Torum ist alles klar. Jetzt können wir diesen Torum accessieren. Die Mission ist startet. So, wie sieht es denn jetzt aus hier? Was ist mit den Dimensionstoren hier los? Marf, äh, wo ist denn Marf hier? Es ist aber dort bloß noch eins, ne? Ein-Dimension-Tor noch. Ähm, 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 äh... Woan, ich weiß, du stehst hier gerade rum. Aber immer da bitte hin. So, leave it to me. So, leave it to me. Äh, so, Marf, wo bist du? Wow. Äh, level up. Was wärst du hier surrounded? Wärst du hier in Gefahr? Eine Fesse oder ein Typ? So, mal gucken. Äh, wird jetzt alle fest und du musst dich beeilen. Schließ die Dimensionstoren. Schnell, Mann. Okay, oh Gott. Ich schaffe diese Fäden aus der Stadt. Ich schaffe das jetzt. Schnell, Mann. Alter, der hätte keine Chance, ey, mal erhalten Drache ist, ne? So, alle Fests und sind besetzt. Besetzt so rasch die feindlichen Fests und alles schon erledigt. Und level up gleich nochmal. Für, aber auch für Camilla. Okay, sehr schön. Alter, die Sterben über 50. Okay, Glockenton muss jetzt alles besetzt. Okay, dann kann ich jetzt mal wieder dahin rennen. Und muss halt noch, ne? So, aber warte mal. So, aber warte mal, ist jetzt, wenn nicht das gleich vorbei ist, muss ich jetzt... Hä? Was ist denn, wenn ich den letzten Tor besiege? Schließt alle... Ja, was ist denn? Ja, was ist denn? Den habe ich den Tor geschafft, oder nicht? Oh, ich will nicht zu der Oster-Port, aber... ... da ist ein Monster in der Runde. Ich habe einen Rapport bekommen. Ich werde nichts verletzen. Wir müssen da rein, schnell! Äh, habe ich jetzt verkackt? Sprich, die Zeit, der Tod zu bekommen? Hilf dem Dörfler, vom Schlachtfeld zu fliehen. Ähm... 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 Wir haben noch ein anderes Portal. Das sollte die Fienden auskonten. Ähm, die Mission ist vorbei, ne? Mission complete. Äh... Na toll! Ich war viel zu schnell, diesmal. Wat? Wir haben sie alle verletzten. Die Portale sollte jetzt abkonten bleiben. Ich bin so glücklich, dass diese Stadt wieder in ihren normalen Zustand sehen wird. Frau Elina ist hier. Ihr könnt auch einen friedlichen Chat mit ihr jetzt haben. Hupsi! Hupsi! Ich wusste, ich habe die Animation nicht ausgestellt. Jetzt kann mal wieder eine. Look at you both. My children. You're so grown up now. Oh, Mutter! 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 Die zwei von euch haben so gut gemacht. Ich bin stolz von euch. Ich war so Angst. Ich werde dich nie wieder sehen. Aber okay, so Leute, das hätten wir geschafft. Niemand ist wieder gestorben. Sehr, sehr schön. Es gab gute Level-Ups. Martha und Camilla nähern sich den 30ern. Oh yeah, wieder mal der Held. Ist ja klar, wenn so viele Monster rumrennen, warum auch nicht? Ich bin Nummer 1! Ich bin Nummer 1! Ja, verhielst du, Mann! So, aber tatsächlich, ähm, hm. Habe ich jetzt wirklich den Inhalt der Truhe verpasst, aber es kann ja nichts so sonderlich Wichtiges gewesen sein, denn es gab ja kein Meistersiegel in der Mission. Und deswegen, ja, hätte ich, habe ich jetzt wahrscheinlich entweder eine Waffe mir verspielt, was jetzt nicht so schlimm ist hier in meinem Playthrough oder halt irgendein coolen Item. Irgendein cooler Gegenstand oder so was, aber naja, Horang-Bee! Ich fühle mich schon näher zu dir. Mhm. So, Umhang und Tassetten? Und da, was? Du hast die Liana-Systemstimme freigeschaltet. Du kannst die Systemstimme in den Eissteller ent... Eine Systemstimme? Okay. Oh, guck mal, die Beden, Alter, die hassen sich doch. Nein, mal, wir sind jetzt auch 10. Okay, genau. Von nun an möchte ich es in meiner Seite kämpft. Dit ist aber schnell, dafür, dass ihr verfeindete Königreiche seid. Bis aufs Blut. Aber okay. Yeah, wieder richtig viele Level-Ups hier, ey. Unterstützungslevel. Meine Confidence in dich, Den mal dasselbe. So. Okay, und Systemstimme und hier die Beden. Oder auch, ey, du bist ja der Bruder von Beden, ne? Ja, und man. Oh, völlig erwacht. Alle Awakening-Boni erweckt. Hä? Alle Awakening-Boni erweckt? Okay. Was soll denn das heißen? Ja, alles klar. Es gibt noch ein... Konflikt am Weltenbaum. Öh, wieder da? Okay, ja, guck mal, hier ist auch alles geschafft soweit. Genau, es gab kein Meistersiegel. Okay, ja, dann sind mir jetzt die Truhen jetzt nicht so wichtig, sag ich mal, ne? Und ja, es war dann echt eine kleine Filler-Mission. Die ging richtig schnell, ratze, fatze. Leute, Kapitel 20 wartet. Und dann, ja, keine Ahnung, aber warte mal, kann ich mir nicht irgendwo die... mir die Karte angucken, sag mal, die richtig große. Wartet mal. Genau. An sich, äh... Wir waren doch hier schon überall, ne? Ja, vor allem die Map ist ja überhaupt nicht groß. Ja, ich glaube, das Spiel ist an sich bald vorbei, tatsächlich. Kapitel 20, und dann sieht's so aus, es kommt noch... Ey, warte, das sieht so aus, es ist so, dass noch eins kommt, das sieht man. Ähm, und, ja. Und guck mal, was denn passiert. So, vielleicht, warte mal, was steht da? Nach einem kurzen Video, sieh mit ihrer Mutter, erfahren die Zwillinge, dass der Chaos-Drager zum Weltenbaum will. Oh. Für die Welt und Darius erheben die Zwillinge ihre Klingen in aussichtsloser Lage. Okay. Dann scheint auch wieder, ja, nur eine Vorbereitung und dann vielleicht die finale Mission irgendwann. Aber, Leute, das erst beim nächsten Mal. Ich werde Oskon wieder checken, wie es aussieht mit, ähm, Level-Ups oder mit, ähm, Boni freischalten, ne? Alles wieder Equipment und so, damit wir uns das ja ersparen. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ciao.